Im Rahmen unseres Themas Altersvorsorge und Investment spreche ich heute mit Markus Langer. Er ist Bereichsleiter, Versicherer, Vermittler und Bankenvertrieb bei Ökoworld und mit Volker Fehrenbach, Hauptbevollmächtigter bei Mediolanum Live International in Deutschland. Hallo zusammen, wir leben in Zeiten multipler Krisen. Wie können Kapitalerleger tatsächlich aber dennoch richtig reagieren, Herr Langer? Multiple Krisen ist ja kein Thema nur von heute. Wir haben schon oft viele multiple Krisen gehabt und wenn man nachhaltig nachschaut und zurückschaut, stellt man fest, je weniger man explizit auf diese Krise reagiert hat, sondern einfach das weitergemacht hat, was man vorher gemacht hat, desto besser war das Ergebnis. Herr Fehrenbach? Multiple Krisen sind natürlich schon zum ersten Mal für die Leute, die Altersvorsorge machen oder die Gelder einlegen wollen, immer ein Riesenproblem, weil das schürt Angst, das schürt im Grunde natürlich auch Unsicherheit und man weiß ja nicht mehr, was man so richtig machen sollte. Und wenn wir aber zurückschauen, in der Vergangenheit haben wir sehr viele Krisen auch schon gehabt, die wir tatsächlich alle gut überstanden haben letztendlich. Also in der Krise war es natürlich schlimm, okay, alles richtig. Aber danach hat sich das eigentlich immer wieder verbessert und das können wir letztendlich über die letzten 100 Jahre schon sehen, dass sich das so entwickelt hat. Also ich denke mal, wenn man dann langfristig über die Altersvorsorge nachdenkt, dann ist man einfach gut beraten, nicht hektisch zu werden, sondern einfach dran zu bleiben und das weiterzuführen. Was machen diese Zeiten mit der Bereitschaft der Menschen, Altersvorsorge zu betreiben? Ja, das ist natürlich ganz klar. Wenn man jetzt schaut, wir haben eine Inflationsrate, die relativ hoch ist. Das führt dazu, dass eben die Menschen gefühlt weniger Geld im Portemonnaie haben, ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den man natürlich sieht, wir haben aktuell sehr stark oder stark angeziehende, stiegene Zinsen über das letzte Jahr hinweg. Das macht es natürlich auch bei den Menschen bemerkbar. Und natürlich fällt es dann den Menschen schwerer, Geld für die Altersvorsorge zur Seite zu legen und natürlich macht auch der eine oder andere sich Gedanken, ist es überhaupt sinnvoll, jetzt noch etwas zu tun? Aber man muss auch schauen, das ist eine Augenblickaufnahme, die jetzt wirklich nur gerade im Augenblick gemacht wird, im Moment gemacht wird. Gerade Altersvorsorge ist ja ein Thema, das richtet sich auf die nächsten 30, 35, vielleicht auch 40 Jahre. und das mal gut beraten, da ganz genau zu überlegen, was man will, die Ziele festzufassen und entsprechend zu reagieren. Herr Fehrenbach, wie ist das im Fondspolisen-Versicherungsbereich? Also, was wir sehen ist, dass wenn bestehende Verträge da sind, dass die Leute das nach wie vor weiterhin bedienen, weil das jetzt nicht unbedingt so einen großen Effekt hat. Es hat vielleicht mehr Effekt bei Neueinsteigern, die sich einfach nicht sicher sind. Macht es jetzt überhaupt noch Sinn, das zu tun? Und da muss man auch unterscheiden, glaube ich, zwischen den Altersgruppen, die man da betrachtet. Wenn man die jüngeren Leute anguckt, die sagen dann eher, ja, ich kriege ja sowieso keine Rente, was soll ich dann noch extra in die Altersversorgung privat was rein sparen? Vergiss es, ich gebe mein Geld jetzt aus. So, wenn die Leute ein bisschen älter sind und Familie haben, denke ich mal, da ist der Ansatz doch nochmal ein anderer und der Antrieb auch tatsächlich da rein zu gehen, in die Altersvorsorge. Was rückt in diesen unsicheren Zeiten bei den Menschen mehr in den Fokus? Die Sicherheit oder die Redient-Chance oder das Thema ESG? Ja, nun, von Ökowald ist natürlich klar, dass ich sagen werde, das Thema ESG bleibt im Vordergrund, das stimmt aber nicht. Das wird vielleicht erwartet, dass gesagt wird. Die entscheidende Frage ist, was war die Intention für die Geldanlage bisher? Und wenn die Intention für die Geldanlage war, eben nachhaltig zu investieren, weil das dem Wertekanon des Menschen entspricht, dann wird er auch weiterhin entsprechend seinem Wertekanon nachhaltig investieren und wird das eben an erste Stelle setzen. Wenn Menschen nachhaltig investiert haben, mit dem Hintergedanken, da vielleicht eine bessere Rendite zu erzielen, weil es gerade vogue ist, dann können die vielleicht jetzt sagen, oh, momentan läuft es nicht so gut, ich finde meine Rendite irgendwo anders besser, etwas leichter, dann werden die vielleicht ein Stück weit Abstand davon nehmen. Aber die Menschen, denen ESG-Themen richtig waren und wichtig waren, die werden das auch in der nächsten Zeit weiterhin an vorderster Stelle setzen und dann eben danach die Rendite oder andere Themen setzen. Wie sehen Sie den Punkt, Herr Firmbach? Also wir sehen ja, dass das ESG schon ein Stück weit en vogue ist. Das ist richtig. Und ich denke auch, dass es Sinn macht, sich mit diesen Themen zu befassen. Wir tun das auch, aber wir haben jetzt nicht den 100-Prozent-Fokus darauf, weil auch die Kunden, die bei uns letztendlich anlegen, diesen 100-Prozent-Fokus darauf auch nicht haben. Das ist für viele interessant, so als Beimischung das zu machen. Und das ist das, was wir sehen. Und ich finde, letztendlich ist es auch die Entscheidung als jeden Einzelnen, das zu tun. Und wir müssen auch die Berater letztendlich damit betrachten, denn die Berater sind ja jetzt auch nicht 100-prozentig nur auf ESG. Wenn sie eine Chance sehen, wenn sie das interessant finden, werden sie es mit anbieten. Für viele ist es zu kompliziert, diese Fragebögen dazu auszufüllen. Die sagen einfach, ich lasse es. Also von daher, unsere Sicht ist einfach, dass wir da zukünftig auch noch weiter stärker anbieten werden in dem Bereich, in dem ES- und G-Bereich. Zumindest medial ist ja das ESG-Thema durchaus ein Megatrend der kommenden Jahrzehnte noch. Guckt man auf das Hier und Jetzt, welchen Stellenwert hat das Thema generell im Vertrieb und bei den Anlegern, Herr Langer? Ja, für die Vertriebe, die mit uns zusammenarbeiten, hat das einen recht hohen Stellenwert. Ich kann aber zusätzlich sagen, dass es immer mehr Vertriebe gibt, die bei uns nachgefragt haben, unsere Produkte zu verkaufen und eben mit aufzunehmen. Und ich stelle natürlich auch fest, dass es eben immer mehr Menschen gibt, immer mehr Anlegerinnen und Anleger gibt, die eben auch unsere Produkte verkaufen wollen. Und das heißt für mich, dass das Thema ESG oder das Thema Nachhaltigkeit, wie man es so immer nennen will, einen etwas höheren Stellenwert in den letzten Jahren hat. Und ich sehe auch, dass es eben immer weiter interessant wird. Wobei man natürlich sagen muss, das Thema Nachhaltigkeit hat ganz viele verschiedene Ausprägungen und jeder Mensch hat eben so seine eigenen ganz wichtigen Punkte, die er da berücksichtigt haben will. Okay. Herr Fehrenbach? Also wir sehen natürlich auch, dass das ESG-Thema immer größer wird. Und wir haben auch Interesse daran, das mitzubetreiben, ganz sicher. Und die Berater, ich hatte es ja vorher schon mal angesprochen, die sind letztendlich auch die entscheidenden Personen, die das für unsere Produkte mit voranbringen können oder eben auch weniger voranbringen können. Und da liegt es einfach letztendlich auch an uns, denen die Optionen aufzuzeigen und zu zeigen, was haben wir denn überhaupt in dem Bereich? Haben wir erneuerbare Energien? Haben wir Social Responsibility-Produkte oder Bereiche? Betrachten wir auch die Governance der Unternehmen? Das ist ja auch so ein Thema. Und daran arbeiten wir natürlich. Aber wie gesagt, es ist nicht unser 100% Fokus in dem Bereich. Wir wollen es anbieten und wir werden es im nächsten Jahr auch verstärkt in unseren Live-Plan mit einbauen, mit zusätzlichen Multimanager-Ansätzen. Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. So, Enkelstadt. Okay. Vielen Dank.